richtig kalt modi dass wenn jemand neben dir ist für die antworten dann jetzt sprach boxen kannst du mir bitte meine jacke geben das mf ding mitnehmen ich zieh mir nur kurz meine jacke an so lange mitgekriegt da stehe ich schon als dörr das sache stür will der mich das kann rein frank anstüttel stimmt hat sich muss ein auto nehmen das frisch getan das kann ich nehmen ane kann ich nicht nehmen und das morgens los ja ich habe morgen auch ausbesuch hallo jemand hier hallo hier war offen hallo 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 are you here no 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 so wo der letzte m m hallo 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 lisa komm mal her oh nein call me hier hinten hier hinten telefon hallo 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 das ist lustig Romero. Romero? Okay. Hallo. 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 Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier ist was. Mit dem Loch ist noch nichts anzufangen. Okay. Schade. Hallo. Das ist wie die Tür. Ja. Also ich habe nichts gefunden. Bis jetzt auch nicht. Das ist schlecht. Guck ich mal, ob ich hier auch mal... Irgendwann hat ein Telefon gekriegt. Ja, das war bei mir. Wo war das? Hey, das war ich. Das war ich. Das habe ich ausgelöst. So. War hier drinnen. War hier drinnen. Geht immer runter und immer hoch. Ach so. Warte mal. Ich gucke mal bei Jane in den Raum. Wegen. Wegen. Flecken. Okay. Wieso? Ach so. Du hast mich schon geguckt. Nein. Oh. Iiii. Geh ich hoch. Hallo? Hallo? Are you here? Hallo? 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 Uh, geil. Hallo? Uh, geil. Irgendwo hat sich gerade was bewegt. Ja, hier bewegt sich ja irgendwo was, aber ich weiß nicht wo. Hallo? Hier unten habe ich einen Vierer EMF. Okay. Hallo? Hallo? Aber das ist nicht hier. Hallo? Oh, das ist ja in dem Raum drinnen. Wie gesagt, in dem Innenraum war die Tür offen. Jo, ich habe hier. Okay, ich komme. Oder wir kommen. Unten. Aber bis jetzt bloß Vierer EMF. Da hat er am Lichtschalter rumgespielt. Und keiner hat links mit. Nee, der tut ja auch die Stühle hin und her schubsen. Aber wie gesagt, bloß. Jetzt habe ich einen Dreier. Oh, oh ja, oh ja. Hallo? Are you here? Dann hole ich mal was. Speak to me. Ich habe keine Flecken. Gefriertemperatur. Gefriertemperatur haben wir schon mal was? Ich wollte mal das Ding hier doch holen. Grüße nach. So? Exit? Jochen. Also Flecken habe ich keine. Das hat heute Türke zugemacht. Aber bloß Vierer wird er ausschlagen. Also ich liebe ja die Koppen. Die sind ja echt detailreich. Ja. Das liebe ich ja. Aber? Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel. So im Gegensatz zu Phasmovies. Ja. Steckt in Bait noch viel Potenzial drin. Definitiv. Da war der Meer hat ein Gefriertemperatur. Achso, ja. Das könnte ich ja gleich mal hinschreiben. Was da war. Achso. Bringst du noch die äh... Leinwand? Kamera mit? Ach guckst du auch mal auf der Dings? Auf der Sanity? Da habe ich das gar nicht drauf geguckt. 90 86 93. Na ja da ist alles schick. Ich bring erst mal die Leinwand mit. Jo. Weil EMF kann noch auf 5 hochgehen. Hatten wir ja auch schon. Ja. Noch ist alles drin. Ich habe Quatsch hier ohne einstecken. Jetzt. Was jetzt? 44. Hallo? Wieso? Hat bestimmt gerade eine Wehe. Hallo? 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 Mhm. Draw a picture. Ich hole noch schnell die Kamera. Passt doch mal rein. Passt du mal auf Lisa auf? Jo. Sie steht doch hier. Ja deswegen ja. Draw a picture. In 13 Minuten Lisa. Ich habe eine 15. Nein. Es war eine 31. Jetzt hat man eine 44. Hm. Schön wenn du was machst. Kann ich mir vorstellen. Draw a picture. Ruhe. Mir ist gerade irgendwie total schlecht. Jo. Au. Du musst schon das Licht ausmachen. Sonst siehst du die dicht. Sonst siehst du die ganz schlecht. Oh. Also richtig. Durch die Kamera sehe ich besser als wenn ich normal laufe. Ja oder? Ja oder? Der Hund wird schon oder? Ist der Papa nach draußen oder ist der Hund im Zwinger? Der Hund ist im Zwinger. Das ist ja. Oh. Ich habe die Kamera in der Hand. So. Run. Na ja. Auf nichts standen ab. Hör zu. Verzeihung. Ich habe die Tür auf gemacht. Ich... Gott. Ich weiß, warum sie draußen bellt. Na? Katze, bloß jammern. Hallo? Ich geh mal raus, gucken. Hallo? Sprachbox. Okay. Ja, bin die Sprachbox. Geist der Box. Was hier in dem Krankenhaus passiert ist? Sind die Wände so voll gespielt? Ehe, gay kann es nicht sein. Äh. Was? Okay. Alles habe ich gerade ausgenommen. Alles gut. Ja. Guckst du gleich mal auf die Sanity? Er hat ein Bild gemalt. Okay, da haben wir ja alles. Ein Handtuch. Ein Handtuch. Ein Handtuch. Ein Handtuch. Ein Handtuch? Da dürfen wir nicht fluchen, oder? Oh, das ist ein Handtuch? Ja. Ich weiß, beim Ghoul darfst du nicht so viel quatschen. Ja. Und nicht fluchen, weil wenn du fluchst, kommt die Jagd. Achso, okay. Siebzig, 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 siebzig. Gut. Mach mal gucken, was wir machen müssen. Ja, das ist einfach. Ja. Wo schickt sie jetzt alles aus? Außer im ersten Haus haben wir da nirgendwo bis jetzt Probleme. Oder soll ich sie? Wenn du mit ihm sprichst, machst du dich zu einer leichten Beute für ihn. Oh. Okay. So, also, wir müssen, achso, erst mal eintragen. Ja, das wär schön. Äh, Staffelei Handtuch bestätigen. So, Waffenteile finden, tote Ratten in den Kessel und die Menschen-Syrette. Ich hab hier so'n Klaus mit. Gut. Ich hab auch so'n Klaus, glaub ich. Ja. Machst du eigentlich in der letzten Zeit mal wieder bei Pixelmon, Schatz? Nö. Wegen unserem Grundstück. Ansonsten ist es nämlich alles weg. Das glaub ich nicht, dass sie es so einfach wegmachen. Oh nein. Wir müssen bestimmt den abschießen. Wir sind bei 13 Minuten, Mutti. Ja. Ja. Busch über. Drei Platz. Ach Mutti, hat keine Ruhe. Mutti hat keine Ruhe. Mutti hat keine Ruhe. Eine Ratte hab ich gefunden. Gut. Ratte. Gekratzt. 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 Ne, lass die Tür auf. Und das Licht an. Hier ist ein Waffenteil. Ja, das hab ich auch eins. Das muss. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich muss dann zu einem Zürfroh. Weil mehr kann ich glücklich trocken. Boah, ich lass mal die Silette mit. Ja, die war zwischen euch mal da. Die Silette? Ne, ne. Ich hab kurz mit dem Muli geredet. doch nicht so haben alle waffenteile haben alle waffenteile haben alle waffenthalte ich kann nicht wie kann ich mich mitnehmen dann müssen wir die ratten jetzt besonder kassel bringen brauchen wir noch nicht unten scheint sie nicht zu sein als er im erdgeschoss habe ich sie nicht gesehen müssten dann vielleicht kurz mal ok da gehen wir erstmal raus also vor allemann ja wartet mal ich bin oben ach so ja wir warten ja ja rollen die stühle um befall mich genau 244 muss man merken ich weiß schon weiß schon piep bei maul hatte jagt scheiße laufen exorziere den geist mit der salzkanone noch zu dann nimm dir die salzkanone in der hand jetzt offen das schlimme ist wir haben das eine ich habe keine salzkanone doch das ist die waffe ich habe keine es ist die waffe die auf dem dresen steht das habe ich nie gesehen dass da was auf dem dresen ist wir sollten doch waffenteile finden ja ja kann man uns mal sendet hinein ich habe mich in den pfeiler versteckt ja ich glaube auf dem dresen an der rezeption liegt eine waffe und damit müssen wir den abschießen ach du scheiße wenn du daneben schießt ja hast du schon gewünscht so dass es das eine ist ja so wo ist der geist jetzt musste den geister noch finden ich würde einfach mal in den raum reingehen also ich glaube ich bin draußen ja ja mach mal ja ich habe so viel zeug eingestecken jo man hallo hey du handtuch du oh jetzt ja du sollst mich nicht abschießen mein freund ja man weiß es ja nicht hallo könntest du schon mal anders abschießen und nicht so ja leute zu viel information und feind hört mit feind hört mit hier lass mal die hat sich schon schmerzen dann lassen wir den hier sehr schön ich weine ich habe natürlich gleich level 11 ich auch ich auch hier müssen wir zusehen dass wir alles mindestens immer dabei haben haben wir eigentlich jetzt ja das brauchen auch ausdrucksflussvoll okay nur das letzte noch nicht dieses andere komische ding das ja die ohren ja genau das danke hier war's denn wir sind umgezogen keine güte jetzt müssen wir nicht die ganze erste russer mutter einstellen das ist voll hell ja mein buchstie mein buchstie